hallo liebe boondocker freunde wir sind auf die lofoten übergesetzt und beginnen unsere reise auf den lofoten in und was passiert den boondockers in ein 100 seelen dorf mit ein zwei straßen damit sicherheit nicht da sind wir ja hergekommen oder na klar sie verlaufen sich und suchen nun verzweifelt ihr auto und das ist wieder mal so richtig typisch für uns aber zurück auf anfang wir hatten ja auf dem parkplatz in ohr wunderbar übernachtet und jetzt trieb uns das herrliche wetter an einmal zu erkunden und was gibt es überall eigentlich zu erzählen außer dass der name des ortes nur aus einem buchstaben besteht nun ja eigentlich noch eine ganze menge so zum beispiel dass die europa straße 10 hier endet oder je nach betrachtungsweise hier anfängt oder dass der größte teil dieser ortschaft nur einer familie gehört oder das ohr wie man hier sieht ein mögenproblem hat der lärm hier ist ohrenbetäubend vom dreck wie man hier sieht ganz zu schweigen und dann finden wir endlich das objekt unserer begierde in form der historischen bäckerei von ohr schließlich hatten wir ja noch nicht gefrühstückt und wir haben uns sagen lassen dass es hier wohl die besten zimtschnecken von ganz norwegen gäbe und da wir die ersten kunden waren hatten wir in dieser warmen bäckerei auch ein gemütliches plätzchen für unser frühstück gefunden und wisst ihr was der geruch da drin war umwerfend und mach mal die tüte auf probier mal nö will ich nicht nicht vor der kamera da bin ich bockig und dann nach dem leckeren frühstück ging unsere besichtigungstour durch ohr weiter außer der bäckerei gibt es hier noch eine trankocherei und eine schmiede und selbstverständlich nicht zu vergessen das stockfischmuseum und hier mit dem stockfisch mal ins maul geschaut muss auf die andere seite gehen was für ein scherz so und dieses flüsschen hier ist ein scherz ist auch sehr interessant es ist der abfluss des ort wagnet einen riesigen süßwassersee der übrigens auch im privatbesitz derselben familie gehört die ich schon anfangs erwähnte die öffentlichen toiletten von ohr ist die kennzeichnung von männlein und weiblein nicht goldig und hier wie man sieht macht man es den postboden besonders leicht wie es aussieht gibt es hier einen gewaltigen gezeitenhub demnach haben wir jetzt ebbe ganz schön beeindruckend oder so noch einen letzten blick über die see bevor wir verlassen schließlich gibt es noch eine ganze menge zu entdecken und die lofoten sind ein ziemlich langes inselreich so 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 der nächste stopp soll also in rheine sein aber das war gar nicht so einfach obwohl wir in der nebensaison unterwegs sind ist rheine voller touristen und demzufolge kaum eine parkmöglichkeit vorhanden aber dann beim zweiten anlauf schließlich schafften wir es dann einen parkplatz an der brücke zu bekommen und das idyllische reine von oben zu fotografieren so 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 Der nächste Stopp war Hamnoi und auch da hatten wir das Glück von der Brücke zu fotografieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das nicht wunderschön? Wir sind so beeindruckt. Mehr Lofoten geht glaube ich nicht. Auch wenn der Abstecher mit der Fähre auf die Lofoten etwas aufwendig ist, es lohnt sich absolut. Und schon wieder ist es soweit und wir müssen uns von einem wunderschönen Lofoten Dörfchen verabschieden. Also weiter geht es. Die E10 führt uns jetzt durch das Inland, hinüber auf die andere Seite der Lofoten. Die Seite also, die wegen des rauen Klimas wenig besiedelt ist. Und immer wieder müssen wir anhalten, um ein paar Impressionen jenseits und diesseits der E10 festzuhalten. Wie auch hier auf diesem Rastplatz. Wenn man das hier so sieht, hat man manchmal das Gefühl, dass es in Norwegen, vor allem auch auf den Lofoten, mehr Schafe wie Einwohner gibt. Und manch so ein Schaf möchte sich unbedingt porträtieren lassen. Also, gern geschehen Frau Zippe. So nennt man nämlich das weibliche Schaf. Noch ein Foto hier und noch ein Foto da und dann geht es schon wieder weiter. Obwohl es noch zeitig am Tag ist, entscheiden wir uns in Ramberg die Nacht zu verbringen. Wir stehen auf einem Campingplatz auf den Lofoten. Ramberg heißt der Ort. Heute ist Waschtag. Hier gibt es eine Waschmaschine und einen Trockner. Und da werden wir jetzt alles reinhauen, was wir reinhauen können. Und ich zeige euch mal die Gegend hier. Der Campingplatz ist ziemlich einfach, aber alles da, was man braucht. Allerdings bei 5 Grad Außentemperatur und ungeheizten Duschen, das war schon eine Herausforderung. Da hieß es dann schon, Zähne zusammenbeißen und durch. Übrigens, wusstet ihr, dass der Strand von Ramberg ziemlich bekannt ist? Der Sand hier ist total weiß und wenn die Sonne scheint, dann leuchtet er und das Meer nimmt eine Farbe an wie in der Südsee. Allerdings heute ist es regnerisch. Nach einer herrlichen, ruhigen Nacht machen wir uns wieder auf die Socken. Jetzt muss es wieder weiter gehen. Also macht's gut Ramberg, es war nett bei euch. Nächster Stopp war Nussfjord. Irgendwo hatte ich gelesen, dass es sehr schön sein soll hier. Also schauen wir mal. Jetzt schaut euch das an. Eine rosige Idylle hinterm Polarkreis. Das ist doch echt nicht zu fassen. Okay, Eintritt für den Dorfplatz und alles geschlossen. Nö, da finden wir andere Wege. Und wie ihr seht, haben wir die auch gefunden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also insgesamt gesehen ist Nussfjord ein wirklich süßes kleines Fischerdorf. Aber man muss nicht wirklich Geld dafür bezahlen, um es zu entdecken. Und schon gar nicht, wenn außerhalb der Saison alles geschlossen ist. Bis auf die Bezahlstelle natürlich, die war offen. Seht ihr diese Gegend hier? Wir sind immer noch auf den Lofoten. Und hier sieht man, dass die Lofoten auch durchaus sehr sanft sein können. Mit Hügeln und Feldern durchzogen. Und einer von diesen Hügeln zog uns magisch an. Denn auf ihm stand ein ziemlich futuristisch aussehendes Bauwerk. Gemeint ist die Kirche von Burg. Sie ist rot-weiß gehalten und wurde 1987 fertiggestellt. Sie ist fast immer geschlossen. Aber ihre exponierte Lage ist natürlich etwas ganz Besonderes. Gerade von hier oben hat man einen wunderschönen Ausblick über den teils lieblich anmutenden Teil der Lofoten. Und auf den angrenzenden Friedhof schauen die Verstorbenen auf einen schönen See. Übrigens hier unten seht ihr das Wikinger Museum von Burg. Wen es interessiert, es soll sehr schön sein. Und mit diesem wundervollen Bild von einem Naturschauspiel verabschieden wir uns von Burg. Denn jetzt muss es weitergehen. Wir wollen Strecke machen. Kurze Pause auf diesen Rastplatz. Hier gibt es auch Toiletten. Scheint ein guter Stellplatz für die Nacht zu sein. Aber nicht für uns, wir wollen weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, kleine Pause vor unserem letzten Ziel auf den Lofoten. Wir stehen unmittelbar vor Henningswehr. Ein absolutes Muss. Wer die Lofoten besucht, muss auch Henningswehr besuchen. Und komischerweise, obwohl Henningswehr als ein Hotspot gilt, haben wir uns hier pudelwohl gefühlt. Von Massentourismus war eigentlich kaum etwas zu spüren. Außer, dass die Boutiquen eine ziemlich hohe Preisklasse hatten. Allerdings hat uns das auch weniger interessiert. Wir sind eingekehrt, konnten auf der Terrasse in der Sonne sitzen. Und das war wunderbar. Und dann sind wir weitergezogen durch Henningswehr. Und dreimal dürft ihr raten, wohin es uns jetzt zog. Ja klar, auf den Fußballplatz. Aufgrund seiner Lage hat er es zur Weltberühmtheit geschafft. Denn Henningswehr leistet sich einen Fußballplatz auf einer Extrainsel. Und ganz ehrlich, sieht das nicht klasse aus zwischen den Scheren und den Fischgestellen? Das ist wirklich schon einmalig. Einmalig. Tja, Henningswehr war wirklich sehr, sehr schön. Und das Wetter hier hat exzellent mitgespielt. Doch jetzt muss es langsam weitergehen, denn wir wollen heute noch die Lofoten verlassen. Mit der Überquerung der Tjelsundbrücke verlassen wir nun die wunderbare Welt der Lofoten. Und es zieht uns weiter, immer Richtung Norden. Und wohin und wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann im nächsten Teil. Übrigens, die Tjelsundbrücke wurde 1967 von König Olaf eröffnet. Und der Teil der E10 hier heißt auch König Olafs Weg. Der Sundtier war früher ein beliebter Handelsweg der Wikinger. Und später der Austernfischer. Wenn euch unser Film wieder gefallen hat, hinterlasst einen Daumen nach oben. Und wenn ihr immer auf den Laufenden sein wollt, wie es weitergeht, dann abonniert unseren Kanal. Das Ganze kostet euch gar nichts. Für uns aber bedeutet es Dank und Lob für unsere Arbeit. Und sorgt letztendlich für das Weiterbestehen unseres Kanals. Also habt schon einmal Dank. Und wir sehen uns später wieder unterwegs. Tschüss und Bye Bye. - Bis zum nächsten Mal.